Ah, ne? 78 und 85, okay. Scheinbar ist das jetzt immer so gut, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir auch... Dass immer drei Leute vor dem nächsten Vollmond im Tratorus gefangen sind, hätten wir uns eigentlich so dieser Extra-Tour ab und so mal sparen können, ne? Also ich meine, wir hatten ja ganz am Anfang irgendwie zwei Erkundungstouren mal gehabt, hätten wir das gewusst. Naja, gut, aber kann man ja nicht wissen. Wir starten bei 180. Das ist nie auf den ersten zwei Ebenen, dann ist es nie. Also, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, ja. So, ich bleibe nach oben, los geht's. Man bleibt irgendwie immer so ein bisschen hängen da unten am Treppenabsatz hier. So, bitte aufteilen. Ah, jetzt nerven die wieder. Egal, ich warte einfach, bis sie das gefunden haben jetzt. Treppe, perfekt. Weil ich habe ja keine Lust zu kämpfen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Das ist halt ungünstig, jetzt hier groß nach Kämpfe zu starten. Ach, geht weg! Warum die nicht wegrennen? Also ich meine... Faktisch haben wir doch fast keine Chance, oder? Alle zu mir. Everybody, please, regroup. Please, regroup. Regroup with the ploigen, please. Bitte, Kaiserrüstung, okay. Was ist das denn schönes? Kaiserrüstung, die schlecht ist. 108. Ja, wir haben jetzt nur Frauen in der Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob die das anziehen können rein vom Prinzip her. Aber... Kaiserrüstung theoretisch ja, aber... Also die anderen Sachen hier, Kampfrikot und so, sind einfach viel besser. Aber wie sieht es jetzt aus mit... Die Zuru hat ja auch das Maid Outfit an. Aegis Maid Outfit ist einfach besser. Das müssen wir uns jetzt hier nicht geben, oder? Aufspalten. Ah, ne, hier... Oh, da war es schon gut. Sehr gut. So gefällt mir das doch, ne? Wenn wir es jetzt direkt direkt vor unserem Auge haben, ne? Auf dieser Ebene gibt es keinen einzelnen Gegner. Ich habe bei der Sache ein mieses Gefühl. Ich nicht. Warum? Dann ist das halt so. Ist doch schön. Meine leere Ebene. Empater-Juwel. Ja, oder der Tod kommt gleich. Das kann auch sein, ne? Na oben. Also, einfach nach oben. Sehr schön. Dann suchen wir den mal. Ach, da ist er schon. Geblückte Frau oder so. Ah, uh. So, das war's. Haben wir das auch. So, und wir verbissen uns. Ja. Das war's. Schön. Oh, zweiter Mittwoch. Dann ist es soweit. Heute ist keine Schule. Aber, natürlich ruft mich jemand an. Es ist Nozomi. Nein. Ah, hallo. Hier ist Shihiro. Können wir uns kurz unterhalten? Na klar, warum nicht? Möchtest, wenn du nichts vorhast, möchtest du heute irgendwas unternehmen? Ja, warum nicht? Also, immer ran damit. Ich meine, meistens in dieser Aktivitäten, wenn die uns persönlich anrufen, äh, meistens sicher ein Level-Up, weißt du? Wirklich? Das ist großartig. Shihiro ist begeistert. So, früher Morgen, Tag. Paulina-Einkaufszentrum. Tut mir leid, dass du den ganzen Weg hierher kommen musstest. Shihiro entschuldigt sich bei dir. Das ist das erste Mal, dass ich einen Mann zum Date einlade. Shihiro schaut weg. Um ehrlich zu sein, war ich etwas besorgt. Ich dachte die ganze Zeit, was, wenn Pleukensan nicht auftaucht? Ja, mach dir nicht so viele Sorgen. Ich hatte keine Wahl. Es hat keine andere Zeit gehabt, verstehst du? Nein, ich halte meine Versprechen. Ich bin eher ein Vorlaubspsychopath, verstehst du? Ja, ich auch. Es ist schlimmes Vergehen, ein Versprechen zu brechen. Ha, ha. Tja, da könnten sich manche Leute noch eine Scheibe von abschneiden. Tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Hast aber, ich bin voll beleidigt. Ich breche jetzt den Kontakt ab. Bindung ist vorbei. Du hast heute etwas Neues über sie erfahren. Achso, du hast etwas Neues über sie erfahren. Was denn? Sie mag das nicht, wenn Leute zu spät kommen. Das sollte man eigentlich im besten Fall... Sollte das für jeden so sein. Also, zu spät kommen ist echt scheiße. Aber, naja, gut, Pünktigkeit ist nicht mehr so... Das oberste Gebot, sagen wir mal so. Wir schenken ihr irgendwas, was denn? Zoom haben wir nicht, Klamotten haben wir nicht. Antiquität habe ich nicht, was anderes. Ja, komm, ich bin Glücksbringer. Oh, äh, ist das für mich? Äh, das ist ja hekelhaft. Ähm, ähm, ich, ich. Oh Gott, so was schenkt er mir. Äh, danke. Der Gedanke zählt. Wow, undankbar. Schnelles Geschenk nicht besonders. Was haben die denn gegen Glücksbringer? Ist doch was Schönes eigentlich. Oder Anhänger, was auch immer. Jetzt hätte ich dir vielleicht eine Tarot-Karten-Set schenken sollen oder irgendwas. Bald haben wir Vollmond. Noch sind keine Schatten erschienen, aber ich traue der Sache nicht. Oh, da fällt mir ein. Ryoji-Kun ist wieder zu Besuch erst bei Jumpe. Äh, schon wieder. Jumpe ist immer noch ziemlich niedergeschlagen. Ja, ist auch krass, dass er jetzt immer bei Jumpe abhängt, ne? Vielleicht, wenn das ja wirklich Faust ist, versucht er jetzt irgendwie Jumpe zu beeinflussen oder so. Äh, ein guter Freund für Ryoji-Kun ist da eine große Stütze. Naja, wer weiß. Manipulator wahrscheinlich. Passt aber zu blocken, wirft seinen ganzen Müll in Form von Geschenken raus. Ja, klar. Naja, weißt du, er versucht ja wenigstens. All seiner Psychopathie ist da vielleicht irgendwo tief in ihm drin, so der Wunsch, auch Leute mal so ein bisschen glücklich zu machen. Vielleicht nur so ein bisschen. Heute ist Sonntag, das heißt, wir können wieder mit dem Psycho-Mönch abhängen. So. Oh, du bist es. Mal zudrinken, alleine. Witte Zeit, ja. Komisches Mädchen. So, was hast du jetzt? Ja, Karo, nachgedacht, ob du kommst. Du bist ja schon. Hey, mach dir keinen Gedanken. Ich hab nicht auf dich gewartet oder sowas. Naja, was ist mit deinen Haaren los, hä? Ist das heute so angesagt? Fallen die dir nicht in die Augen, ey? Guck dir mal meine schöne Frisur an. Die sieht man fast ja auch nicht. Mein Sohn hat auch lange Haare. Ich hab ihn enterbt, deswegen. Sollst du dir schneiden lassen oder noch besser, rasiere die ab. Mach dir eine Glatze wie bei mir. Klar, das sieht bestimmt gut aus jetzt einfach so bei Pläugen. Sieht ja nochmal ein bisschen auch psychopanischer aus wahrscheinlich. Also jetzt nichts gegen Leute, die Glatzen haben. Du weißt nicht, ne? Also, ne? Manche haben nun mal auch Haarausfall. Und dementsprechend ist da Glatze wahrscheinlich auch die beste Option oder sowas. Aber man sieht sich Pläugen an. Gerade mit seinem Psycho-Gesicht, ne? Ich weiß nicht. Wäre wahrscheinlich kein guter Kombo. Ähm, ja, das könnte cool aussehen. Also ich, ähm... Ja, klar. Cool. Pläugen mit Glatze. Ähm, du verstehst das nicht, Kind. Man tat so amüsiert sich. Ich will dir nicht von einem Modelfrenz oder so. Ich finde, ohne die Haare geht es dir besser. Klar, noch bist du jung und siehst gut aus. Aber warte das erste Mal ab. Schauen wir mich an. Ich bin alt und hässlich. Mit Tränen wecken. Auf die jede Bulldog in eine Schwärfe. Boah. Ich sag dazu mal nix, ne? So ist das Leben, Kind. Die Leute werden alt. Und zuerst wirst du genauso dein wie ich. Dann schaust du in den Spiegel und denkst, Scheiße, warum lebe ich noch? Verdammt, war ich damals ein Prachtkerl. Wirst du ne Anmacher oder was? Hier ist ein kleiner Trick, damit du nicht die Freude an der Zukunft verlierst. Halte deine Erwartungen flach. Hab keine Wünsche im Leben. Sei einfach komplett plump und abgestorben. So wie jetzt eigentlich schon. Ganz einfach, was? So wirst du nie enttäuscht werden. Irgendwann verlierst du eh deine Haare. Warum sich also jetzt die Mühe machen? Eine Glatze ist total praktisch. Morgens einfach aufwachen. Alles ist fertig. Kein Stress. Waschen musst du dich auch nicht. Lass einfach schön ranzig alles wuchern. Ich kann dir auch da Geld für die Rasur geben. Da hast du die Güte hinter Matazus mit harschen Worten erkannt. Ist das so? Hab ich das? Naja. Die Leute erkennen in den komischsten Menschen irgendwas, ne? Seltsamer Mönch. Social Link, seltsamer Mönch, Stufe 4. Wunderbar. Du wirst immer müder. Was denn? Schläfert sich mein Gerät etwa ein? Na, aber hier kannst du nicht schlafen. Geh nach Hause, Kindchen. Gehst du ins Wohnheim? Ja, ja. Wunderbar. Ich bin echt mal gespannt, was am zweiten passiert, ne? Ach, wir haben die Heldin Mura Sakino Ue in diesem Absatz beschrieben wird. Hier wurde als ideale Frau in der Haian-Zeit geschrieben. Die Schönheit der Epoche schlechthin. Aber wo ist Schönheitsideal? Der Haian-Zeit. Ich habe eine Frage, Pläugen. Binst du noch Single? Die Länge der Haare war das wichtigste Schönheitskriterium der Haian-Zeit. Aber auch die Kosmetik war wichtig. Die Menschen schminkten sich weiß, zupften sich die Augenbrauen und färbten sich die Zähne mit Limonid. Aber was denkst du, haben die Männer gemacht? Jetzt zupften sich die Augenbrauen, sie färbten sich die Zähne. Sie haben beides gemacht. Haben die Männer sich die Augenbrauen gezupften? Ich glaube nicht, vielleicht die Zähne gefärbt. Oder beides sogar. Ja, die Zähne. Wieder falsch. Vielleicht würde etwas Make-up deine Schamesröte verdecken. Das war echt ein Unisex-Stil. Egal ob Mann oder Frau, jeder schminkte sich so. Was heißt denn Zähne färben? Reden wir jetzt von Gelb färben oder Weiß färben? Oder Schwarz? So richtig schön abgestorben oder? Obwohl das weiße Make-up bleibasiert und ungesund war, trugen sie es, um den Schönheitsidealen gerecht zu werden. Verglichen mit ihnen seid ihr Jungs. Deine Antwort war falsch. Egal, ich bin eh schon ein Genie. Also ich habe nichts mehr zu verlieren. Je suis le petit de la popo, la fromage. Oh, wir können mit niemanden abhängen. Aber wir können mal wieder in den Schülersprecherzimmer gehen eigentlich, oder? Ja, warum wir reingehen? Na klar, können wir wieder unseren komischen Gruseltypen da treffen. Schulrat. Keckokan heißt, gut Schülersprecherzimmer. Hidetoshi redet mit einem Lehrer. Teacher. Gut, Hidetoshi, ich zähle auf dich, um unser Beider-Villen. Jawohl. Der Lehrer geht. Oh, oh, Pleugensan. Hey, was meint er mit um unser Beider-Villen? Wovon redet er? Das Mitglied des Schülerrats drängt Hidetoshi auf eine Antwort. Ach, er will nur eine bessere Umgebung hier schaffen. Also hat er eine Musterschüler-Umhilfe gebeten. Also mich, ich bin geil. Ja. So wie die Präsidentin Bleugenkuhn gebeten hat, den Schülerrat beizutreten. Was? Du kannst sowas doch nicht ohne die Erlaubnis der Präsidentin entscheiden. Das Mitglied des Schülerrats schaut Hidetoshi böse an. Hör auf zu streiten. Nee, als Plögen würde er sagen, macht weiter. Was ist passiert? Jemand hat einen Zigarettenstummel auf der jungen Toilette entdeckt. Oh Gott. Ich glaube, die Schule muss geschlossen werden. Das war's. Das war's, also. Precent. Schlimmer geht's nicht mehr. Und der Lehrer will, dass wir den Übeltäter finden. Chihiro flüstert. Ah, jemand hat die Regeln gebrochen und wir müssen den Schuldigen finden und exekutieren. Das ist unsere Pflicht, oder? Ja, du hast die Wahl. Entweder hilfst du mit und erweist dich als vertrauenswürdig. Oder du machst dich verdächtig. Toller Job, ja. Wir müssen uns hier mit einer Menge Quatsch herumschlagen. Was, Plögenkun? Hier, Toshi, schaut auf dich. Scheint auf dich zu zählen, Maromo immer. Warum hängen wir mit solchen Leuten ab? Hidetoshi. Ist auch wieder ein sehr zweifelhafter Charakter. Social Link Stufe 3. Entschuldige mich. Ich bin mal weg, okay? Hey, ignoriere mich nicht, du Lehrerliebling. Du Arschbacke, du... Das Mitglied des Schülerrats läuft auf jede Tosche hinterher und schlägt ihm eine rein. Ist es nicht gut, wenn sich Mitglieder des Schülerrats so streiten, oder? Hey, ich sage besser der Präsidentin Bescheid. Wow, 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 chicka, wow. Deine Arbeit hier ist getan. Ab nach Hause. So, wer nervt denn jetzt hier? In der Lounge. Hä? Unter deinen Freunden siehst du auch Ryoji. Hä? Was will er hier? Na, hast du dich schon an alle herangeschmissen, oder? Tja, Bläugen ist ein Schatten. Erstmal hier und mal dort. Ja, die beiden verstehen sie. Das kann ich mir vorstellen, ne? Sie verstehen sie in ihrer Perversität, ne? Eger ist es nach unten gekommen. Ja. Oh. Was hat er hier gemacht? Er hat hier viel gekommen, seit er mit Junpei hängen. Ja. Ja, aber Mitsuru-Senpai sagte, es sei okay während des Tages. Ich glaube nicht, dass wir uns über Ryoji-Kun beschäftigen müssen. Warum? Kennen wir ihn? Wissen wir, wer er ist? Ne. Er ist gefährlich. Wer? Ryoji-Kun? Ja. Ich komme zu denken, er war er auf Mitsuru-Senpai, das erste Mal, dass er ihn kennengelernt hat. Naja. Aber er hat ihn um uns wirklich gebeten, Junpei-Kun. Tja, naja, der hat halt schön so emotionale Unterwanderung, der versucht halt so richtig schön da so psychologisch einzudringen bei Junpei und dann haben wir am Ende irgendwie Junpei, der gegen uns kämpft. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass er sich nicht mehr so kümmern wird, dass er sie zurückbringt. Ich würde ja gerne mal mit Aegis irgendwie einen Social Link kreieren, aber ich glaube, das hat sie schon erledigt, oder? Was? Du und Lernen? Hey, solltet ihr euch auch studieren? Ich hörte, Matt wird ein Körner sein. Ich sollte nicht das Gifte des Lebens haben. Ah, jetzt erwacht Aegis, oder was, hä? Jetzt passiert's. Present, es geschieht, Aegis erwacht. Oder Persona. Pleugen, San. Sorge dich nicht um mich. Überanalysieren schadet nur... Ja, klar, komm. Sorge dich nicht um mich. Das freut mich, das höre ich doch gerne. Ja, das weiß niemand genau, warum gerade alle bei Pleugen abhängen wollen. Das ist halt ein Mysterium, was nicht gelöst werden kann, glaube ich, oder? Nee, nee, alles gut. Ich will leave you to your studies. Good night. Ach, schade. Ja. Ich dachte, ja, oh, doch, jetzt kommt was noch, oder? Ryoji Mojizuki is dangerous. Mhm. What is this uneasiness? Tja, der Leberfleck verrät alles unter dem Auge, ne? I am a machine. I cannot die, so they won't have to grieve for me. Oh. I must do something. I don't want them to suffer anymore. Das war eine nette Selbstzerstörung, oder was? Nein. Was? Jetzt macht keinen Unsinn. Also, nee, komm. Bitte nicht, Eges. Ey, wisst ihr, wir brauchen dich. Ich habe jetzt extra nicht gelevelt, Mensch. Mach keinen Scheiß. Heute ist Montag, also ich glaube, jetzt können wir nicht mit dem Mönch abhängen. Toll, ey, wenn die jetzt abhaut, das wäre ungünstig, wirklich sehr, sehr ungünstig. Nichts zu machen. Geh mal einfach pennen, würde ich sagen. Geld haben wir genug, also das brauchen wir auch nicht. Nochmal speichern. Ich habe gerade Speiches. Es ist wirklich gar nichts passiert in der Zwischenzeit, vor einer Minute. Ja gut, gehen wir auf mein Zimmer. Und dann legen wir uns schlafen. Ruhig schlafen gehen. Yes. Ja, scheiße, ey. Wenn die jetzt weg ist. Yukari? Oh, Pläugensan. Ah, ha, ha. Hallo. Ich habe nachgedacht. Ja. Ich, ähm, ähm, ähm. Wenn dir, ähm, langweilig ist, dann könnten wir, ähm, vielleicht, ähm, oh. Oh, oh, vergiss das. Ciao. Chiroi ist, äh, Chiroi ist extrem nervös. Vielleicht solltest du nach der Schule mit ihr reden. Vielleicht solltest du auch noch mit Yukari reden, wenn die jetzt gerade verfügbar ist. Ich meine. Eges, nee. Wo ist denn Yukari? Warum ist die nicht hier? Ja, warum mit Chiroi jetzt einfach reden, wenn sie schon so scharf drauf ist, mit uns zu kommunizieren, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal, ne? Oh, Pläugensan, bist du auf dem Haa im Weg? Oh, willst du Gesellschaft? Ja, mach mal. Ja, ja, äh, ich meine, ja. Ja, Chiro freut sich. Ähm, das ist echt unangenehm, aber, äh, hilfst du mir bei meinen Hausaufgaben? Ist die Bibliothek okay? Ja, die ist halt fürs Lernen da, wahrscheinlich ist die schon okay. Keinein Highschool-Bibliothek. Du hast Chiroi bei den Hausaufgaben geholfen. Chiroi ist schlechte Mathe, so wie ich. Äh, sie versteht die Frage nicht. Ja, so wie ich wahrscheinlich. Ah, eine Kassenwartin, die nicht rechnen kann. Der Job wurde mir aufgezwungen. Ich wollte nie Kassenwartin werden. Äh, aber wenn ich nicht dem Schülerrat beigetreten wäre, hätte ich dich auch nie kennengelernt, richtig? Also, muss nicht sein, weil... Also, so groß ist die Schule jetzt auch nicht. Dann werde ich bestimmt mal irgendwann über den Weg gelaufen, oder? Halt die Klappe! Du störst uns! Chiro wird von einer Schülerin Zeug gewesen. Oh, äh, Entschuldigung. Wenn ihr miteinander flirten wollt, tut das bitte draußen. Hier ist keine Erotik erlaubt und kein kokettes Verhalten. Also, weg mit euch. Ach, mir ist langweilig. Ich hab schon Schreibkrampf. Aber wenn du mir einen Kuss gäbst, halte ich noch eine halbe Stunde durch. Ein Sitznachbar der Schülerin spricht sie an. Hey, nicht so laut, okay? Ach komm schon, küss mich bitte. Ach, na gut. Was? Es geht wieder ab. Die Schülerin verschwindet mit dem Schüler hinter den Regalen. Aha. Okay. Ja, warum nicht, ne? Aber wollen die etwa knutschen? Das geht ja gar nicht. Was denken die beiden sich, wo sie gerade sind? Es ist ja widerwärtig und ekelhaft. Die Ungezogenen wollen die knutschen. Wo sind sie hin? Die Ungezogenen, ey. Wir müssen ja Ungezogenen sagen, ja. Die Abläugnis an sich auch so. Chiro freut sich. Ja, können wir wenigstens gemeinsam Leute verurteilen. Hier soll man schließlich lernen. Und außerdem sind es noch Kinder. Ich spreche als Mitglied des Schülerrats. Dieses Verhalten darf in der Schule nicht toleriert werden. Und Scheiß auf Liebe und so ein Scheiß. Ja, weg damit. Alle schauen zu. Das sollten wir bei unserer nächsten Sitzung besprechen. Mein Gott, die küssen sich. Ist doch so verkehrt, meine Fresse. Also, ich war ja vielleicht nicht in der Bibliothek. Ja, mein Gott, aber... Äh, Schlimmeres. Warum bist du so? Knutscht du nicht gerade? Ich würde da einfach nur mal gerne provozieren. Aber ich sag einfach, finde ich auch. Wenn du auf meiner Seite bist, Ploigensan, dann habe ich nichts zu befürchten. Chiro ist zufrieden. Oh, tut mir leid. Ich hätte in der Bibliothek nicht sehr rumschreien sollen. Ja, anderen willst du mit moralischen Zeigefingern irgendwie... Mit moralischen Zeigefingern auf Leute zeigen. Aber selbst benimmst du dich ja wie ein Elefant im Porzellanladen. Mich stört das ja nicht. Aber ich will nicht, dass man auch auf dir herumhackt, Ploigensan. Chiro ist um dich besorgt. Warum? Alle lieben Ploigen. Also, du musst ja darum keine Gedanken machen. Warum auch immer. Social Link Level 3 Gerechtigkeit. Ihr werdet enger. Oh, das hat jetzt so geschwungen. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Morgen haben wir Vollmond. Allerdings sind noch keine Schatten aufgetaucht. Alter, das nervt. Da fällt mir ein, Ryoji war heute neben der Spur. Er hatte Tränen in den Augen. Vielleicht lernt er zu viel. Haha, nee, das kann es nicht sein.